Umweltprobleme Probleme mit der Umwelt von Alfred Weil Zu den vielen Daseinsängsten der Menschen ist in unserer Zeit eine weitere hinzugekommen. Die Sorge um den Erhalt der natürlichen Umwelt. Schon immer war und noch ist die Natur Lebensgrundlage. Sie erscheint jedoch heute in ihrer Ganzheit gefährdet. Eine allgemeine Beunruhigung ist die Folge und Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Zukunft breitet sich aus. Längst hat sich die öffentliche Aufmerksamkeit dieses Themas bemächtigt und eine Diskussion entfacht, die gelegentlich lautstark und gelegentlich weniger intensiv geführt wird. Was haben Buddhisten zu diesem Thema beizutragen? In dem vorgegebenen Rahmen kann ich die Problematik freilich nicht ausführlich und anhand konkreter Beispiele behandeln. Das ist auch nicht die Absicht. Ich möchte vielmehr der Frage nachgehen, inwieweit die Diskussion auf einer geeigneten Grundlage geführt wird beziehungsweise wie sie aus buddhistischer Sicht aussehen kann. Die Ausgangslage Umweltverschmutzung und drohende Umweltkatastrophe Die letzten Jahrzehnte haben eine nie gekannte Verschmutzung der Natur gebracht. Dicke Luft umhüllt den einstmals makellos blauen Planeten. Der Schadstoffausstoß der Produktionsbetriebe, der Kraftwerke, der privaten Haushalte und der Verkehrsmittel ist gigantisch. Jeder hat von den Folgen gehört oder ist vielleicht selbst betroffen. Erkrankungen der Atemwege breiten sich aus. Allergien werden zur Volkskrankheit. Die Wälder leiden. Unsere Flüsse, Seen und Meere sind verseucht. Badeverbot und Fisch sterben heißen die Schlagzeilen immer wieder. Mit der zunehmenden Belastung des Trinkwassers reicht die Bedrohung unmittelbar an uns heran. Die Versorgung mit einem lebensnotwendigen Gut ist gefährdet. Müllberge wachsen unaufhaltsam und überwuchern weite Landschaftsteile. Macht die Entsorgung des üblichen Wohlstandsmülls schon enormes Kopfzerbrechen, ist guter Rat bei der inzwischen unüberschaubaren Fülle der gefährlichen Stoffe und Güter besonders teuer. Vom atomaren Abfall ganz zu schweigen, der eine wahrhaft strahlende Zukunft für zigtausend Jahre verspricht. Was davon die Gemüter bewegt, wird aber eher zur Bagatelle, wenn wir jüngere wissenschaftliche Prognosen und erste warnende Anzeichen ernst nehmen. Die Erdatmosphäre ist nachhaltig beeinträchtigt, hören wir. Das sich kontinuierlich ausdehnende Ozon noch bringt den Menschen vermehrt mit hautschädigender und krebserregender ultravioletter Strahlung in Berührung. Mit der Erwärmung der Atmosphäre und dem Ansteigen des Meeresspiegels scheint zudem eine Klimakatastrophe programmiert, die das Bild unserer Erde verändern könnte. Ganze Städte, Landstriche und Inseln drohen für immer zu versinken. Den Lebensräumen zahlloser Pflanzen und Tiere stehen dramatische Veränderungen bevor. Die konventionelle Strategie Wissenschaft und Technik Ich möchte über zwei typische Reaktionsweisen auf diese Tatsachen nicht weiter reden. Die eine ist Nichts sehen, nichts hören. Man nimmt die Fakten nicht zur Kenntnis und geht stattdessen stillschweigend zur Tagesordnung über. Die andere Das ist zwar alles schlimm aber dagegen kann man nichts tun. Das ist eben der Preis den wir für unseren Wohlstand zahlen müssen. Wie jedoch sieht es damit aus? Wenn unsere Umwelt verschmutzt ist müssen wir neue Reinigungsmethoden erfinden und einsetzen, um sie wieder herzustellen. Rauchgasentschweflung wird die Schlote der Fabriken unschädlich machen. Katalysatoren den Ausstoß der Autos. Kläranlagen werden die Abwässer reinigen. Filteranlagen sauberes Wasser liefern. Wenn wir Müll ersticken muss es eben weniger Verpackungsmaterialien geben oder solche die leichter entsorgt werden können. Falls sich von den hunderttausend und mehr gegenwärtig genutzter chemischer Stoffe einige als krebserregend herausstellen werden wir eben gefahrlose Ersatzstoffe entwickeln. Und wenn der Gebrauch fossiler Brennstoffe unser Klima nachteilig verändert sind alternative Energiequellen zu erschließen. Dieser wohlgemeinte und ernsthafte Versuch basiert auf einer richtigen Einsicht dass die genannten Schwierigkeiten durch unser eigenes Fehlverhalten entstanden sind und deshalb Abhilfe auch durch unser Handeln möglich ist. Wer so argumentiert hofft auf die Vernunft der Menschen. Er baut darauf dass wir diese Vorhaben realisieren können wenn wir nur energisch und umsichtig genug vorgehen. Er setzt auf die Einsicht in die Naturgesetze und ihre geschicktere das heißt widerspruchsfreie Anwendung in Industrie und Technik. Nur selten jedoch sehen die Vertreter dieses Ansatzes seine inneren Widersprüche und seine Kurzatmigkeit die allein schon ihn sehr fragwürdig erscheinen lassen. Ganz abgesehen davon wie man ihn aus spiritueller beziehungsweise buddhistischer Sicht beurteilt. Noch nie hat die Menschheit ihre selbst gesteckten großen Ziele erreichen können. Stets endeten ihre Bemühungen in notdürftigen Scheinlösungen die ein hier bewältigt geglaubtes Problem nur andererorts und mit einem anderen Gesicht wieder auftauchen ließen. Was berechtigt uns zu der Auffassung dass das heute anders ist? Im Gegenteil Was vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch als genialer Ausweg aus einer Bedrängnis galt hat sich inzwischen als nur noch verstärkte Bedrohung entpuppt. Daraus geworden ist nach ihrer Entfesselung das Potenzial zu globaler Vernichtung. Mit dem Auto schien das Mittel gefunden alles und jeden auf die bequemste und ökonomischste Art zu transportieren. Mittlerweile ersticken wir fast unter einer Lawine von Fahrzeugen und ihren unliebsamen Nebenwirkungen. Die chemische Industrie wollte die Stoffe erzeugen mit deren Hilfe das Leben angenehm und unbeschwert zu werden versprach. Immer mehr stellt sich indessen heraus wie gefährlich solche Produkte werden können. Die Reihe der Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen und sie würde belegen die vermeintlichen Lösungen von einst sind die potenzierten Gefährdungen dieser Tage. Dazu kommt dass unser Lebensumfeld immer komplexer und undurchschaubarer geworden ist und die Bemühungen es zu kontrollieren und zu gestalten immer fieberhafter werden. Es gibt niemanden mehr der noch einen wirklichen Überblick hätte. Nicht einmal der Spezialist weiß alles über sein ohnehin begrenztes Fachgebiet. Die Kraftanstrengungen den angezettelten Wettlauf zwischen dem Auftauchen von Problemen und ihrer Bewältigung doch noch zu gewinnen steigen unentwegt. Die Erfolgsaussichten und konkreten Erfahrungen sind nicht sonderlich ermutigend. Der spirituelle Standpunkt Desillusionierung und innere Reinigung Schon zur Zeit ist Buddha erhob sich die Frage wie es denn kommt dass sich alle Wesen Glück und Zufriedenheit wünschen und sie trotz aller Mühe Ungemach und Elend erleben. Unwissenheit Irrtum Verblendung machte der Erwachte damals als die tiefste Ursache für diese Situation aus. Weil wir blind sind sehen wir nicht worauf es ankommt und handeln ohne den nötigen Weitblick. Und worin besteht unser Nichtwissen heute? Worin besteht die Begrenztheit unserer Sicht wenn wir über Umwelt deren Zerstörung und deren Schutz reden? Erstens Zunächst gilt es die richtige Dimension der vor uns liegenden Herausforderung zu sehen und zugleich zwei abwegige Positionen zu vermeiden. Es irrt Wer sich gleichsam individuell über die Zeit zu retten hofft etwa nach dem Motto die paar Jahre wird es doch noch gut gehen Wer das tut unterschätzt das Problem Man kann so dem Umweltproblem nicht entgehen Es erledigt sich nicht mit dem Tod bis zu dessen Eintreten man es halt nur irgendwie schaffen muss. Das Thema jetzt zu ignorieren heißt ihm irgendwann und irgendwo später doch wieder zu begegnen Umwelt ob sie sich feindlich oder gewährend zeigt geht im Sterben einfach nicht mehr für immer unter Der Tod ist aus buddhistischer Sicht kein Ende und kein Ausweg aus einer misslichen Lage Er ist nur ein Zähnenwechsel und welche Kulissen wir danach vorfinden hängt von unserem früheren Verhalten ab Es irrt aber genau so wer die Vernichtung seiner eigenen Person durch eine Umweltkatastrophe fürchtet und damit das Ganze in einer gewissen Hinsicht überschätzt Selbst Selbst mit abgesetzten Daseins Daseins Wandel der Lebewesen in einer immer neuen Umwelt mit allen Freuden und Leiden und dieser Kreislauf hört nicht auf bis das Existenzproblem als solches gelöst ist Zweitens sehr beliebt und meist erfolgreich ist unsere Suche nach einem Schuldigen für die erlebte Umwelt Misere Vom spirituellen Standpunkt aus ist jedoch der Vorwurf an die vermeintlich bonierten und rücksichtslosen Zeitgenossen unbegründet dass ich jetzt unter ihrem Egoismus und ihrem verantwortungslosen Tun leide Es sind auch nicht einfach die schlimmen gesellschaftlichen Verhältnisse in die hineingeboren zu sein ich gerade das Pech habe Mit der Umwelt die ich gegenwärtig erlebe begegnet mir nichts Fremdes In doppelter Weise ist sie ein Spiegel meiner Selbst In ihrer Erscheinung offenbart sich mein eigenes vergangenes Handeln und in ihrer Bedrohlichkeit zeigt sich meine Bedürftigkeit meine Abhängigkeit und Verletzbarkeit Die Karma-Lehre des Buddha betont die Eigenverantwortung des Wesens Mir begegnet nur was einst von mir ausgegangen ist was ich an Taten in die Welt geschickt habe Ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht Ich erfahre Verschmutzung oder Reinheit dort draußen die hier drinnen ihren Ausgang genommen hat Die Welt zeigt sich dem Gewährenden gewährend dem entreißenden entreißt sie sie nimmt wo sie hemmungslos ausgebeutet wurde 3 Auch die konventionelle Betrachtungsweise der Umweltproblematik setzt auf das Verursacherprinzip Er weist dem die Verantwortung zu der gefährliche Produkte herstellt oder mutwillig und fahrlässig Umweltschäden herbeiführt Verantwortungsbewusstes Handeln soll dem gegenüber die Natur retten Aber die Sache hat noch weiter reichende Aspekte Wie können etwa gewaltige Industriezweige mit ihrem enormen Gefahrenpotenzial prosperieren wenn es nicht eine ebenso große bewusste und unbewusste Bedürftigkeit nach ihren Produkten gibt Wenn nicht beide Bedürfnisse und deren Befriedigung den Produktionsprozess unentwegt in Gang setzen Tanha der Durst nach den Dingen und nach Leben bedingt den gesamten Daseinsprozess Mit all seinen Unzulänglichkeiten und Fehlentwicklungen Das Verlangen nach sinnlichem Genuss das Greifen nach den angenehmen Erlebnissen und Gefühlen Der Wunsch nach Wiederholung und Intensivierung schöner Erfahrung treibt das Rad des Lebens um Drehung für Drehung Nur wenn diese inneren Antriebe vorhanden sind handeln wir Nur dann gibt es karmisches Wirken und nur dann seine jeweiligen Folgen Ja das Verlangen nach sinnlicher Wahrnehmung schafft letztendlich erst was wir Umwelt nennen Die Sehnsucht nach der Begegnung eines Ich mit den beglückenden Objekten entfaltet diese ganze Welt und breitet sie aus Weil aus ihm das Leben kommt ist es weit mehr unsere Lebens Grundlage als die Natur die den materiellen Leib nähert Viertens Wir sind aber noch nicht ganz am Ende mit unserer Ursachen Forschung Ein Schritt fehlt noch Sicher Wir bringen viele unserer Zuneigungen und Abneigungen bei der Geburt mit Und dennoch haben wir auch sie gemacht Sie sind nicht das Resultat von Vererbung und unserer genetischen Ausstattung Vom Denken gehen die Dinge aus sagt der Buddha Durch falsche und richtige Betrachtung entstehen Bedürfnisse und Abhängigkeiten und erwächst Freiheit von materiellen Dingen Wer etwas lange für wertvolle verachtet für wünschenswert und befriedigend hält hat eine innere Bindung zu diesem Gegenstand geschaffen Er ist nahezu unmerklich im Laufe der Zeit deutlicher und irgendwann unwiderstehlich ist die Abhängigkeit des Ich von dem wohlversprechenden Objekt geworden und irgendwann kann darauf nicht mehr verzichtet werden diese geistige Aktivität dieses bezugsschaffende Denken legt uns die Fessel der Bedürftigkeit an Je stärker sie ist umso unwiderstehlicher drängt sie auf Befriedigung Das erklärt warum viele über die Schonung und den Schutz der Umwelt sprechen aber der eigenen Einsicht kaum jemand praktisch nachkommt Der Intellekt sieht vielleicht die Schädlichkeit des Verhaltens aber das Begehren in seiner Wucht ist oft stärker Ihm folgen wir im Zweifel Wir alle waren demnach mehr oder weniger lange Zeit geblendet und fasziniert von der sinnlichen Welt mit ihren Reizen und Verlockungen Wir waren dem Irrtum verfallen Aus Blindheit und mangelnder Aufmerksamkeit ist uns entgangen was über jede Daseinserscheinung gesagt werden muss dass sie vergänglich unbefriedigend und substanzlos ist Weil uns das nicht tief genug aufgegangen ist gieren wir nach den Objekten um ihres falschen Scheines willen Wir raffen horten und konsumieren sie selbst um den Preis der Zerstörung unserer Lebens Grundlagen und des eigenen Untergangs Konsequenzen Spricht Spricht all das nicht gegen ein Engagement im Sinne des Umweltschutzes Verurteilen diese Betrachtungen denn nicht dazu die Hände in den Schoß zu legen Sind sie nicht ein überzeugendes Plädoyer lediglich über das Thema nachzudenken und sich allenfalls mit anderen darüber auszutauschen lähmen sie nicht die Anstrengungen diese Erde endlich wieder in Ordnung zu bringen Nein solange wir als Menschen existieren haben wir vielfältige Beziehungen zu dieser Welt und agieren auf vielfältige Weise in ihr solange das geschieht und wo das geschieht ist es unsere Aufgabe Frieden mit der Natur zu schließen wir sind aufgefordert das unsere zur Rettung der Umwelt beizutragen und das verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen wo immer das möglich ist aber für Buddhistinnen und Buddhisten hat das Umweltproblem eine unvergleichlich tiefere Dimension wer es lediglich auf die konventionelle Weise angeht agiert auf der Ebene der vordergründigen Erscheinungen diese mögen bedrohlich und gesundheitsgefährdend sein aber sie sind bloße Symptome deren Behandlung nicht an die Wurzel der Krankheit reicht Wer so vorgeht wird sich immer wieder mit seiner unbewältigten Vergangenheit herumschlagen weil er sie aus Unkenntnis nur in stets neuen Variationen wieder in die Zukunft schickt Wer sich auf die konventionelle Umgangsweise beschränkt übersieht auch dass das Begegnungsleben als solches niemals zufriedenstellend gestaltet werden kann Er verkennt dass es darüber hinaus zu wachsen und letztlich von allem gewordenen und Bedingten ganz frei zu werden gilt Der Buddha lehrt die bedingte Entstehung der Erscheinungen Alle unsere positiven und negativen Erlebnisse führt er auf das ihnen entsprechende frühere Handeln zurück und das wieder auf die psychischen Urkräfte von Zuneigung und Abneigung die wenn wir so wollen unser Innerstes ausmachen Was wir Ich und Welt nennen ist von der höchsten Warte aus betrachtet eine Projektion dieser Kräfte Sind sie rein Ist es die Umwelt auch Ist es innen hell Kann es draußen nicht dunkel sein Wenn die Menschen jedoch von Gier Hass und Verblendung verunreinigt sind wird das Umweltproblem bestehen Sind sie von Begehren Abneigung und Illusion völlig befreit ist die Umweltfrage für immer beantwortet ges�� oder neben ein ails von